So, Bock, Schattenwagen. Let's go. Nachdem wir einen sehr langen und beschwerlichen Weg hierhin hatten. Ja, aber ist das deine Schuld gewesen? Nee, ist ja nicht deine Schuld gewesen. Wer von uns beiden, ach egal, wir wollen das hier nicht ausdiskutieren. Jetzt kann ich die Fest annehmen. So, jetzt geht's mal los. Ich mach das mal alles klar hier. Oh, hier dreht immer mein NPC-Scan durch. Der sagt mir immer, oh, Leichenfresser gefunden. Als ob das so ein Rahmobbär. Und dann sagt er immer, oh nein, war ein Fehler. Und dann sagst du mal, fick dich. Ja, sozusagen, ja. Scheiße, der war schon 19. Ja, und? Ich bin schon hoch. Wieso hoch? Ey, ich hab mich ja vorgekommen, ob wir klopfen wieder. Doch, wer lachst du? Scheiße, nee, ist schon da. Alles Totti. Alles Totti. Ja, gut, dann ist ja alles Totti. Gut, was? Guck mal, One-Hit bin ich gerade, Alter. Ja, das ist ein krasser Typ. Zumindest. So, hier kann ich eine Quest abgeben, vor der jetzt weiter ran. Naja, der muss mit. Ja, eben, der braucht noch ein bisschen, bis er zu Ende geredet hat und dann die Tür da öffnet. Ich glaub, wenn man lange genug gegenläuft, geht die Ohre auf. Nein. Sicher? Was willst du denn damit erreichen? Der muss die Tür erst aufmachen. Piu, 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 piu. Na komm, probier doch mal. Das Zeug geht jetzt bestimmt besser. Hm, ja. Kommt der schon? Ja, er ist auf dem Weg. Schön lange haben wir, Junge. Ohne mehr, der Jungs. Ja. So, geht's jetzt? Äh, die Pferde auch? Oder scheiß drauf? Ähm, das, warte mal, Schattenstürmer? Ist das nicht hier irgendwie? Ja, mach mal die Pferde auch. Da muss ich reinholen. Die können alle häuten. Häuten, das mache ich. Ey, Mann. Gott, ey, du bist ja ganz schön in Zicke. Ja, weil ich das zum Skillen brauche. Du brauchst das nicht mehr was. Und das ist nicht mal viel wert. Doch, wo willst du denn das wissen? Äh, ich weiß das. Weil du bist ein Professor Twig, ne? Ja, Mini. Ja, Mini. Oh, du musst da rein. Das weiß ich auch. Okay, sorry. Ich dachte, du wirst es eventuell nicht. Ich hab hier gewohnt in der Indie, also. Okay. Ja, machst du dir jetzt selber klar, oder was? Hm? 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 Warte, ich warte mal, Fokus. Ich bin geil, ich level ab. Ach so, ich hab, der Boss ist schon tot, okay. Ich hab mir gedacht, wo kommt denn der? Willst du mir den hier wieder anschnacken, oder was? Ich hab's mir zu, ne? Ja, mach mal vor. Das ist clever. Du musst ja richtig clever. Ich hab's gesehen, ja. Das meinte ich eigentlich gar nicht. Ich hab mich einfach nur geräusperrt. Ne, warum machst du das denn? Manchmal räusperrt man sich tatsächlich, weil, einfach, weil man sich räusperrt. Oh, shit, 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 shit. Soll ich mal was machen? Ja, bleib. Ah, jetzt kann ich auch essen. Das bringt mir natürlich nichts, wenn ich selber tot bin, aber ich kann theoretisch auch essen. Falls du mal stirbst. Ja. Vor ich sterbe, ja, sterben andere und deren Eltern. Ja. Und deren Familien und deren Länder und deren Welten. Ja, das wird ziemlich clever gesagt. So. Mach sie kaputt. Okay. Das war clever. Passt denn? Nix. Alles gut. Nix. Alles gut. Man, du sollst mir nicht so nachmachen. Die kann man übrigens auch ledern, ne? Die Kicher, oder? Kann man? Ne. Wie war so? Mein Gott. Entschuldigung. Sind Untote, die kann man nicht ledern. Weil ich nicht mit Absicht hätte sein können. Oh, meine Grafikeinstellungen sind schon wieder auf Ultra. Ich weiß es auch nicht. Warum verstellt sich das immer? Das ist an deinem 5000 Jahre alten Laptop-Lieger. Der ist nicht 5000 Jahre alt. Der ist eigentlich ganz gut. Das ist die Autoeinstellung für den. Aber ich will halt nicht, dass er überhitzt. Ich habe ja zwei Grafikkarten. Und immer wenn er dann halt das Spiel öffnet, dann springt er auf die gute Grafikkarte um und dann stellt er das halt um. Krass, zwei Grafikkarten. Das ist ja richtig high end. Ne, das ist eigentlich normal. So ein Strahl niedrig. Ne, die aktivieren. Oh, Mann, ey, super nervig. Oh, jetzt mach mal nicht so schnell hier. Warte, ich bin hier noch ein bisschen weiter weg. Hm. Hm? Hm. Jetzt kommt mal die Tür auf hier, ey. Der ist hier aber auch hinten hier. Der braucht ein bisschen länger, bis der kommt. Ja, das ist richtig möglich. So richtig. Ah, Tür ist auf. Und der, also der braucht sogar lange, wenn man normal im WG, äh, im WG, ja genau, normal im Dungeon ist. Nö, sagt die Biki. Mama. Hm. Hm. Das ist ja alles gut. Äh, kann man ja mal verwechseln, das ist etwas da selber. Ja. Ist du so halbwegs in der Nähe hier mittlerweile, oder? Ja. Ich hab dich vorhin, glaub ich, gesehen. Mein, mein, äh, mein Staub, sozusagen meine Staubbrücke. Da kommt er wieder, der Schlüsselnmeister. Nö, mein Kult ist ja schon. Ich hatte einfach hinläuft, oder hin, der ist ja ein Walk, ja, da hin, äh, sprintet, die Kacke auch mal. Ich sitze. 40 Silber, uhuhu, uhuhu. Äh, geht's set, ne? Schön auf. Ja, Level 19. Mann, ey, das tut's gut. Das tut's gut, echt jetzt. So, gut, sie war auch wieder hier fertig. Puh, war das anstrengend. Vor allem, ey, wie lange ist er, ich glaube, eine halbe Stunde hingebraucht hier und er ist fünf Minuten zurückgerannt. Ja, eine halbe Stunde, untertreib mal ruhig. Ja, so, tschüss, Leute, tschüss.